Herzlich Willkommen zurück zur Episode Nummer 2 von dem Dennerle Einsteiger Guide. Jetzt ist es soweit, jetzt richten wir das 30 Liter NanoCube ein. Bevor wir mit der Bepflanzung oder mit der Einrichtung beginnen, müssen wir natürlich erstmal eine Rückwandfolie aufkleben. Das ist bei unseren kleinen Aquarien ganz einfach. Achtet darauf, dass ihr irgendwie eine Unterlage habt, dass die Frontscheibe nicht verkratzt. Als allererstes holt ihr euch ein bisschen Glasreiniger, den sprüht ihr auf so ein bisschen Küchenpapier und damit reinigt ihr erstmal die Scheibe. Das macht man aus dem Grund nicht auf die Glasscheibe sprühen, nicht dass da irgendwelche Rückstände von dem Glasreiniger ins Aquarium reinkommen und was dann später im Wasser, das ist nicht gut für eure Tiere. Und dann geht ihr hin, dafür braucht ihr jetzt die Sprühflasche und sprüht normales Leitungswasser auf die Scheibe. Bei unseren Aquarien ist überall so eine Attestionsfolie mit dabei, bei unseren Cubes und das ist, wenn die Scheibe nass ist, ist das komplett einfach. Und dann ultimatives Spezialwerkzeug, das ist ein Spätzelstreicher, also es ist nichts anderes wie so ein Kunststoffspachtel. Ihr könnt auch eine alte Kreditkarte nehmen, könnt ein Lineal nehmen. Und damit geht ihr einfach hin und streicht das Wasser, wo auf der Scheibe ist, auseinander und schon habt ihr sauber und ohne Blasen die Rückwandfolie aufgeklebt. Als nächstes mache ich immer die Filter und oder ich baue immer als nächsten Schritt, bevor ich mit der Einrichtung beginne, mache ich mir immer die Technik rein. Somit muss ich nicht später, wenn ich etwas einrichte und sage, ich hätte ja noch Platz lassen, habe ich vergessen, so kann ich das nicht vergessen. Zack, Filter reingebaut und dann ist er drin, Heizer rein und viel, viel mehr Technik kommt ja eh nicht ins Aquarium rein. Als nächstes kommt unser Nährboden. In unserem Fall haben wir hier den Deponit Mix Black. Wir haben ja zwei verschiedene Varianten von Nährböden, einmal einen hellen Nährboden und einmal hier unser Deponit Mix Black. Da wir einen schwarzen Kies verwenden, nehmen wir natürlich logischerweise auch den schwarzen Nährboden dazu. Auch so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr den Boden ausarbeitet, nehmt ihr immer irgendwie so einen sauberen Pinsel. Das hilft euch dann bei der Einrichtung. So, jetzt verteilen wir den Bodengrund gleichmäßig. Gucken, dass man einmal saubere Kante bekommt. Zum Schluss kann man den noch ein bisschen andrücken. Muss man nicht, kann man machen. Und darüber kommt jetzt auch schon der Kies. So, einmal. Zweimal. Auch den verteilen wir so ein bisschen. So ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr ein bisschen mehr Tiefe in eurem Aquarium haben möchtet, geht ihr einfach hin. und macht den Hintergrund ein bisschen ansteigend. Somit erhöht ihr ein bisschen die Tiefenwirkung von eurem Aquarium. Bei dem Deponit Mix Black ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, dass man die Mischung zwischen Kies und Nährboden sieht. Natürlich gibt es auch einen Trick für die Leute, die in hell, die trotzdem einen dunklen Bodengrund möchten und nicht den Deponit Mix Black nehmen, sondern den normalen, gibt es einen Trick. Da geht ihr einfach hin. Nehmt euch irgendwie so einen Schaber, fährt man da runter und schon verdeckt ihr eure Kieskante. Seht dann später, als ob nur Kies im Aquarium drin wäre. Kann man machen, muss man nicht machen, ist eigentlich nur rein optisch. Funktioniert auch natürlich, wenn schon Wasser im Aquarium drin ist, funktioniert das auch tatenlos. Als nächstes kommt die Dekoration. Die positioniere ich so ein bisschen hier im Aquarium so und hier könnt ihr jetzt sehen, bei den kleinen, wenn man so kleine Unebenheiten hat, die kann man dann super mit dem Pinsel quasi so anmodellieren und somit wirkt das dann auch ein bisschen natürlicher. Ich nehme es nochmal raus, wenn man Dekoration einfach nur drauf legt, dann sieht es natürlich auch nur aus wie drauf gelegt, wenn man die so ein bisschen eindrückt und anmodelliert, sieht das immer ein bisschen natürlicher aus. Und als letztes kommen dann die Steine. Und auch die werden auch so ein bisschen anmodelliert. So schnell hat man ein Aquarium gestaltet. Als nächstes kommt die Bepflanzung, aber bevor wir die Pflanzen ins Aquarium reinsetzen können, müssen wir sie noch ein bisschen vorbereiten und das zeige ich euch jetzt. Prinzipiell bei den Topfpflanzen ist es logisch, die Pflanzen müssen aus dem Topf. Da geht ihr einfach hin. Bei denen ist es recht einfach, weil die Wurzeln, also die Pflanzen sind nicht so stark durchgewurzelt, aber es gibt Töpfe, wo die Pflanzen schon aus den Töpfen rauswachsen und da ist es ganz einfach, wenn ihr den Topf zusammendrückt, dann läuft natürlich Wasser raus und dann könnt ihr die Pflanze fest rausziehen. Und das ist eigentlich die beste Möglichkeit für die Pflanzen vernünftig auszutopfen. Jetzt muss natürlich auch hier die Steinwolle weg und da geht ihr auch am besten hin. Das macht ihr mit einer Gabel und fährt da so rein. Und somit könnt ihr die ganze Steinwolle so gut es geht. Natürlich, wenn ein bisschen dran hängt, ist nicht schlimm. Wir spülen ja die Pflanze am Schluss eh noch ein bisschen ab. Die Steinwolle weg und dann einfach hier den Rest der Steinwolle mit dem Wasserhahn abspülen. Als nächstes bei der Kryptokurine hier, das zum Beispiel ist eine Kryptokurine Wentebraun. Da ist es, die hat so ein bisschen eine Eigenschaft, wenn ihr die jetzt so in euer Aquarium einpflanzen würdet, zu 80 bis 90 Prozent würde sie die Blätter, also die Blätter würden anfangen abzufaulen. Um dem entgegenzuwirken, geht ihr einfach hin, schneidet die kompletten Blätter so ab und in einer guten Woche fangen die neuen Blätter an zu wachsen und ihr habt keine Probleme mehr. Und auch bei Pflanzen, die dicke Wurzeln haben und lange Wurzeln einfach so abkürzen, somit hilft ihr der Pflanze auch im Aquarium anzuwachsen. Bei In-Vitro-Pflanzen ist es wichtig, In-Vitro-Pflanzen gibt es einmal als Gel, also da ist ja unten als Nährmedium ein Gel drin, oder eine Flüssigkeit. Natürlich bei der Flüssigkeit habt ihr es ein bisschen einfacher wie beim Gel. Hier ist auch so eine Flüssigkeit drin, hier könnt ihr das sehen. Jetzt ist nicht mehr so viel drin, weil der Rest in der Pflanze ist, weil die Pflanze auch schon sehr groß ist. Da geht ihr auch hin, ah doch, hier kann man es noch ein bisschen sehen, hier dieses Gel. Und das müsst ihr auch so gut es geht abwaschen. Somit ist dann, dass die Pflanze dann später so aussieht. Und dann geht ihr einfach hin bei so einer Pflanze, die bricht ihr einfach auf. Entweder schneidet ihr sie in kleine Portionchen, oder ich gehe eben einfach immer hin und zerteile die immer in solche Portionchen, die dann auch später mit der Pinzette eingepflanzt werden. So ist das Grundvorgehen, bevor ich überhaupt mit dem Bepflanzen beginnen kann. Ich bereite jetzt gerade alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Pflanzen sind jetzt fertig vorbereitet. Allerdings, bevor ich immer die Aquarium bepflanze, da ich meine Aquarium trocken bepflanze, trocken heißt, also ich befülle nicht das Aquarium komplett mit Wasser und pflanze dann die Pflanzen rein. Muss man natürlich den Bogengrund immer schön anfeuchten, damit während des Bepflanzens eure Aquarienwurzeln nicht ausprocken. Weil natürlich bei so einem kleinen Aquarium dauert das Bepflanzen nicht so lange, aber wenn ihr ein größeres Aquarium habt, Meter, zwei Meter, drei Meter, wie auch immer, kann man genau so bepflanzen. Allerdings muss man den Bodengrund immer gut nass halten und auch zwischendrin die Pflanzen immer schön anfeuchten. Ob ihr jetzt mit dem Vordergrund anfängt oder mit dem Hintergrund, das ist euch überlassen. Ich arbeite immer von vorne nach hinten. Das ist für mich, das ist so mein Doing. So mache ich immer meine Aquarien und das ist für mich auch einfacher. Und deshalb fangen wir jetzt hier zum Beispiel als Vordergrundpflanze, haben wir hier die Eleocharis Pusilla oder auch Eleocharis Mini, Mini-Nadelsimsel, so könnt ihr euch das merken. Wie gesagt, ihr müsst euch die Namen jetzt im Video nicht merken. Wir packen alles nochmal in die Videobeschreibung, so dass ihr wie eine Einkaufsliste habt, was ihr euch alles besorgen müsst, könnt. Es ist ja nur eine Empfehlung von mir. Und hier könnt ihr jetzt schon sehen, wie praktisch es ist, eine Pinzette zu haben. Weil jetzt gerade bei Pflanzen, die hier ganz, ganz, ganz feine Wurzeln haben und mit einer Pinzette ist das viel, viel einfacher, die Pflanze in den Bodengrund einzubringen. Wichtig ist noch beim Pflanzen, dass ihr darauf achtet, dass ihr drumherum, also um die Pflanze drumherum, genügend Abstand lässt, somit, dass die Pflanze sich, wenn sie anfängt zu wachsen, auch ausbreiten kann. Weil es ist nicht schlimmer, wie wenn die Pflanze anfängt zu wachsen Euer Aquarium fängt an, in Schwung zu kommen. Ihr kriegt eine Balance hin. Die Pflanzen wachsen, wachsen übereinander, nehmen den anderen Pflanzen das Licht und die, wo kein Licht bekommen, fangen dann an zu faulen und belasten euer frisch eingerichtetes Aquarium unnötig. Als nächste Pflanze pflanzen wir die Kryptokrine Wenti-Braun. Bei den Pflanzen, die so richtig starke und dicke Wurzeln haben, solltet ihr darauf achten, wenn ihr die Pflanzen einpflanzt, ich zeige es euch, ihr pflanzt die Pflanze ein und zieht sie wieder ein Stückchen an. Warum macht ihr das? Was passiert? Ihr steckt die Pflanze in den Bodengrund, es kann passieren, die Wurzeln biegen sich um und im schlimmsten Fall knicken die Wurzeln und wenn die Aquarium-Pflanzenwurzeln geknickt sind, geht die ganze Pflanze kaputt. Aus dem Grund einpflanzen und wieder ein Stückchen zurückziehen und dann seid ihr damit sicher, dass da nichts passiert. Als nächstes kommt Lobelia cardinalis, ist auch eine schöne Mittelgrundpflanze, ist auch einfach und die auch einfach so rein und wieder ein Stückchen zurück. Und wie gesagt, holt euch eine Pinzette, das hilft euch. Als nächste Pflanze habe ich hier die Anubias Nana. Alle Anubias-Arten oder auch alle Bucephalantra-Arten oder Microsorum-Arten, das sind alles Aufsitzerpflanzen. Aufsitzerpflanzen sind Pflanzen, die bilden so ein Rhizom. Und dieses Rhizom, sollte man darauf achten, dass dieses Rhizom nicht in den Bodengrund eingepflanzt wird, weil ansonsten würde die Pflanze kaputt gehen. Aufsitzerpflanzen kommen in der Natur meistens in Spritzwasserbereichen vor, wo wirklich nur in der Nähe von Wasserfällen oder an Bächen, wo viel Wasserbewegung ist. Und die Pflanzen sitzen da am Rand auf dem Stein und halten sich mit ihren Wurzeln fest und werden nur ab und an mal nass. Und das sollte man im Aquarium auch wissen und beachten. Und diese Pflanze kommt jetzt hier drauf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Pflanzen entweder mit einem Kabelbinder zu fixieren. Den Kabelbinder kann man dann auch mit ein bisschen Moos kaschieren. Ich gehe meistens den einfachen Weg und nehme Sekundenkleber. Allerdings, wenn ihr Sekundenkleber verwendet, achtet darauf, dass ihr in Gel-Sekundenkleber nehmt. Die flüssigen Sekundenkleber, meines Wissens funktionieren die nicht richtig. Und den tragt ihr einfach so auf. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Pflanze vorher angefeuchtet. Und dann geht ihr einfach hin und drückt die Pflanze so hier zum Beispiel auf die Dekoration. Und dann einfach nochmal mit der Sprühflasche noch ein bisschen Wasser drauf. Und halte das so für ein paar Sekunden fest. Und das war's. Ja, jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende und zwar dem Hintergrund. Als Hintergrundpflanze habe ich hier einmal eine Rotala rund um die Folie Orange Juice. Orange Juice, wie der Name ja schon sagt, Orangensaft. Die Pflanze wird später im Aquarium knalle orange, also richtig schön. Das ist mir auch ganz wichtig, euch mitzuteilen. Es gibt Pflanzen, also nicht eine Einsteigerpflanze, ist nicht unbedingt immer nur eine grüne Pflanze. Auch rote Pflanzen oder farbige Pflanzen können Einsteigerpflanzen sein. Und so zum Beispiel hier die Rotala Spezies Orange Juice. Das ist eine schöne, einfache Art für Leute, die anfangen. Bringt auch so ein bisschen Farbe in euer Aquarium. Auch die Cryptocoryne Venti-Braun ist eine Einsteigerpflanze oder ist eine einfache Pflanze. Es gibt nämlich keine Einsteigerpflanzen. Es gibt einfach nur einfache Pflanzen, die euch den Einstieg in die Aquaristik ein bisschen einfacher machen. Und somit ist auch hier die Orange Juice eine gute Wahl. Dann haben wir hier eine Hygrophila Polysperma Sunset. Auch eine schöne, einfache Art. Die kriegt auch später, die Blätter sind jetzt hier knallig grün, die kriegt dann auch später so eine schöne Marmorierung. Wir zeigen euch ja die Entwicklung dieses Aquariums über mehrere Wochen. Und dann zeige ich euch später in ein paar Wochen nochmal, wie die Pflanze sich entwickelt hat und wie krass der Unterschied auch ist. Dann später. So, die pflanzen wir hier hin. Und als letzte Pflanze nehmen wir eine Migrantium umbrosum. Ist auch eine schöne, buschige Hintergrundpflanze. Hat schöne, kleine Blätter. Und wächst auch schön kompakt. Ist super schön. Garnelen gibt auch ein bisschen Versteckmöglichkeiten für eure Garnelen. Und die pflanzen wir jetzt einfach so in den Hintergrund. Und so einfach ist es ein Aquarium zu gestalten. Ich bringe das Aquarium jetzt rüber an seinen Platz. Und dann zeige ich euch noch einen kleinen Trick, wie man ein trockenes Aquarium am besten befüllt. So, jetzt will ich unser Aquarium befüllen. Natürlich, ich habe ja vorhin erwähnt, dass man immer in Frischwasser am besten ein bisschen Wasseraufbereiter reinkippt. Zum Beispiel jetzt hier auf eine Gießkerne, also 10 Liter, kommen da 2 ml rein. Das machen wir jetzt mal. Können wir hier abmessen. So, zack. Das genügt. Und dann warten wir. Ich habe euch ja eben gesagt, dass ich euch noch einen kleinen Trick zeigen möchte, wie man ein Aquarium gut befüllen kann, sodass alles dort auch bleibt, wo man es eingepflanzt hat. Und zwar geht das am besten mit Küchenpapier. Küchenpapier nehmt ihr, legt das auf eure Pflanzen und auf eure Dekoration, drückt es leicht an. Natürlich nicht so fest, immer mit Vorsicht. Das mache ich aus dem Grund, das Küchenpapier saugt sich jetzt mit Wasser voll, wird schwer, drückt sich nach unten, hält die Pflanzen dort, wo ich sie eingepflanzt habe. Es steigt aber langsam mit dem Wasserspiegel an und man kann es dann am Schluss oben an der Wasseroberfläche einfach abfischen. Wenn ihr Wasser in euer Aquarium einfüllt, egal ob es jetzt ein neu eingerichtetes Aquarium ist oder ob es ein Aquarium ist, was schon länger steht, wo ihr wöchentlich euren Wasserwechsel macht, achtet darauf, dass ihr immer temperiertes Wasser nehmt. Bei Pflanzen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, dieser Temperaturunterschied, aber wenn Tiere drin sind, ein Temperaturunterschied von ein, zwei Grad, das ist schon gerade so an der Grenze. Also immer temperiertes Wasser nehmen, so guckt, dass ihr immer guckt, wenn ihr aus dem Wasserhahn Wasser entnimmt, dass es so ähnlich ist wie in eurem Aquarium. Hier könnt ihr jetzt sehen, ich lasse jetzt das Wasser ganz langsam auf das Küchenpapier. fließen, das Küchenpapier saugt sich jetzt immer, immer mehr mit Wasser voll, drückt sich nach unten und ab ungefähr einem Drittel vom Wasserstand fängt es an hochzutreiben und am Schluss kann ich es einfach von der Wasseroberfläche abfischen. So, ihr könnt sehen, das Küchenpapier ist in die Oberfläche gekommen und jetzt könnt ihr einfach hingehen und könnt es vorsichtig abfischen. Und alles ist an seinem Platz, wo ich es auch eingepflanzt habe. Natürlich kann immer mal eine Pflanze auftreiben, das passiert ab und an schon mal und die Pflanzenreste an der Wasseroberfläche, die geschehe ich jetzt noch gleich ab. Ich installiere jetzt noch die Leuchte, nehme das Aquarium in Betrieb und mache die Abdeckscheibe drauf und schon ist es fertig. So, unser Aquarium ist jetzt fertig. Wir haben alles in Betrieb genommen. Heizer ist installiert, Filter ist angeschlossen, Abdeckscheibe ist drauf und auch die Beleuchtung. Und zu der Beleuchtung gibt es einen kleinen Tipp von mir. Fangt am Anfang ein bisschen moderater an, also mit acht Stunden. Macht auch eine Mittagspause dazu. Also vier Stunden Beleuchtung, zwei Stunden Mittagspause, nochmal vier Stunden Beleuchtung. Ihr müsst jetzt nichts weiter machen, wie das Aquarium genießen und wir sehen uns in einer Woche zum ersten Wasserwechsel wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann.